Hallöchen! Willkommen beim Farmerun. Hier in der Stadt können wir ungefähr 100.000 Ruhen machen. In ca. 1,5 Minuten. Vielleicht ein bisschen mehr. Dazu müssen wir eigentlich bloß hoch bis zum Portal. Rechts an der Seite vorbei springen. Natürlich nicht gegen das Portal springen, sonst springt man nicht weit genug. Wichtig ist es einen Doppelsprung zu machen. Weil sonst stirbt man auch. Das erfordert vielleicht ein bisschen Übung. Und dann auch wichtig, habe ich vorher nicht gemacht. Da habe ich mich einfach mal fallen lassen. Dann bin ich auch gestorben. Also dass man zwischendurch auch immer mal schlägt. Weil sonst resettet das wahrscheinlich irgendwie und dann stirbt man halt. Also ab und zu mal schlagen. Das dauert jetzt eine kleine Weile, aber lohnt sich auf jeden Fall. Ja ich habe jetzt hier natürlich noch den Gold Scarabius ausgerüstet. Weil mit dem kriegt man ja quasi so um die 30% mehr Ruhen. Macht dann schon einiges aus. Theoretisch könnte man wahrscheinlich auch dieses goldene Federviech-Fußtier da, oder wie das heißt, nutzen. Aber davon hat man ja meist nicht so viele. Deswegen habe ich jetzt nur den Scarabius drin und geht eigentlich ganz gut. Und sobald man dann seine Ruhen hat, kann man sich zurückporten und den Run vom neuen starten. Jetzt müsste es aber gleich mal ein paar Ruhen geben. Ich dachte es dauerte mal ein klein bisschen, aber irgendwann kommen sie schon da. Da sind sie. Hunderttausend. Bisschen lieber. Oh Möd.